Der hat da so zu, wie kommen die Sofa aus und was passiert? Ja, ich bin ganz erstaunt über die Polonaise und was da ist. Aber wir werden daran arbeiten, das auch zu schaffen. So ist es für die Amerikaner. Ich bin fast, ich bin fast, ich bin wieder, wieder. Und ich bin, Tong, determin, 30 Jahre und markiert die Polonaise. Und jetzt brauchen wir dann dieansa infinita pepperonig. Ihr könnt uns nicht nur sagen, they will. Schön, Trom. Der will be, so, 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 so. Ein Großhirn, ein Großhirn, Wer gewöhnt mich, Heinz. Eins, zwei, drei, Super! Genau! Ticke zacke, ticke zacke! Hoi, hoi, hoi! Ticke zacke, ticke zacke! Hoi, hoi, hoi! Ticke zacke, ticke zacke! Hoi, hoi, hoi! Das Glavista! Hoi, hoi! Hoi, 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 hoi! Hoi, hoi, hoi! Wauit Svenke meinein. Hoi... Liebe Freunde, ich hoffe ihr könnt es uns verstehen, wir sind im Hofbrauhaus, es läuft sogar noch das Abendgeschäft. Aber wir haben da eine kleine Reparatur da hinten und das ist das Hofbrau-Style, das ist der Mike von Dujo Matuschka, der Chef des Hauses, die Nagel kennt jeder und das ist der Pädagogik da mit Zappel. Die haben da einen kleinen Ohrbruch oder irgendwas. Aber da hinten sitzen noch ein paar Leute, denen ist das wurscht. Macht nichts, gute Musik! Das ist die Lisa. Hallo Lisa! Hallo Lisa! Eigentlich nur noch ein gescheites Kommentar. Hallo Lisa! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Nachmittag! Was ist denn noch? Aufgewinnen! Aha! Konkurrenz halt! Bei mir sind die Hauskeeper und diese Konkurrenz. Gerhard, bist du fit? Aussehen, du bist gut. Muss ich ehrlich sagen. Obst du das war? America's Next Topmodel! Hahaha! Hahaha! Was ist wirklich mit der Tatum? Haha! Du bist nicht mit der Tatum?